ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ich mach das mal hinten dran, oder unten drunter? Ich versteck das hier, ey die stecken im Heli drin, okay. Sind genug dran? Okay, drei reichen. Hast du's bestückt? Drei reichen, ja, locker. Okay, Auftrag wird ausgeführt. Und? Ja, steht sauber, okay. Bereit für jemanden zum Einsteigen. Ja, er steigt ein. Er ist drin. Okay. Und jetzt? Und der nächste Jedi ist schon da. Ich komme. Ah, ich seh dich, ich seh dich. Hier, siehst du mich? Ja. Ich krieg zurück, ja. Okay, ich hab drei dran. Drei sind dran, drei sind dran. Kann's abgehen. Eben ab, ich seh sie, ich seh sie, sie fliegen, sie fliegen. Und? Puff. Das ist super. Bist du ausgestiegen? Bist du das? Der ist ausgest... Nee, der. Schieß ihn ab. Der ist tot, der ist auf den Boden geknallt einfach. Ich weiß auch nicht. Der war irgendwie... Der hat den Fall schon nicht aufgekriegt. Okay, komm, lande kurz. Dann mach ich das dran. Was meinst du? Wie lange soll ich ihn geben? Drei. Zwei. Eins. Los. Sehr gut. Du bist ausgestattet. Kannst losfliegen. Ja? Er hebt ab. Und er fliegt weg. Okay? Wo fliegt er denn hin? Ganz schön niedrig. Jetzt fliegt er wieder hoch. Jetzt eiert er da rum. Und weg. Drei sind dran. Drei sind dran. Kannst aufheben. Oh fuck. Was machst du? Der brennt. Du hast die kaputt gekriegt. Ich hab ihn. Oh my god. Dann müssen wir das nochmal machen. Tut mir leid.